Fallen die Baufinanzierungen im Jahr 2024 unter die 3%-Marke? Der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, Anfang Januar wurde die magische Marke von 3% geknackt. Große Zeitschriften, unter anderem die Bild-Zeitschrift, hatte darüber einen Bericht gebracht. Es stand auch konkret im Bericht, dass nicht alle diesen günstigen Zinssatz bekommen und ich möchte hier für euch nochmal so ein Stück weit Transparenz daran reinbringen, was wurde denn da überhaupt konkret berücksichtigt und wie hat sich denn überhaupt dieser günstige Zinssatz ergeben. Außerdem hat es hier in den letzten zwei Monaten ja wirklich noch einiges am Zinsmarkt getan. Wenn du dich intensiv mit dem Thema Zinsen beschäftigst und dem Immobilienkauf, dann lass gerne mal ein Abo da und folge uns. Jede Woche Samstag kriegst du hier nützliche Informationen, die dich garantiert weiterbringen. Das Problem war letztendlich hier bei der Betitelung, dass das sozusagen auch Schaufensterkonditionen waren. So haben das auch die ein oder anderen Experten betitelt. Schaufensterkonditionen kennt ihr vielleicht aus dem Reisebüro, wenn da irgendwelche Einstiegspreise genannt werden und dann am Ende, wenn ihr euch das Angebot holt, sieht es dann hinterher auch anders aus. Ähnlich kann man sich das vorstellen. Es heißt aber nicht, dass es diese Zinsen dann per se nicht gibt, aber es müssen schon sehr, sehr gute Voraussetzungen gegeben sein, damit letztendlich auch dann jetzt in dem Fall diese Zinsen in diesem Niveau lagen. Und das ist allgemein auch, finde ich, ein wichtiger Tipp für euch, damit ihr einfach auch nochmal genau wisst, wo ist denn überhaupt so diese Zinsrange. Das heißt, wenn ihr jetzt Zinssatz zum Beispiel auch googelt bei Dr. Klein, bei ImmoScout oder wo auch immer, dass ihr auch direkt einordnen könnt, was gibt es denn da gegebenenfalls noch on top. Und zwar kommt es hier auch immer auf die Details an und vor allem auch immer auf den Einzelfall. Ihr könnt es per se immer sehr, sehr schwierig vergleichen. Es ist die Frage, wann ihr auch letztendlich diese Top-Konditionen bekommt. Es müssen schon wirklich viele Parameter gegeben sein. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel nicht selbstständig sein, sondern angestellt sein und es müssen vom Prinzip auch die sogenannten Beleihungswertgrenzen stimmen. Ich will da kurz eingehen, weil das ist gerade für die Zinsfindung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Beleihungswert ist immer sozusagen der Wert aus Sicht der Bank. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ihr finanziert, sagen wir mal 100.000 Euro, weil die Wohnung in dem Fall 100.000 Euro kostet. Heißt das 100.000 Darlehen, 100.000 Kaufpreis, habt ihr einen hundertprozentigen Beleihungsauslauf. Das bedeutet, die Bank hat ein potenzielles Ausfallrisiko. Aus Sicht der Bank geht es ja um das Risiko, was ist, wenn ihr euren Kredit nicht mehr bezahlt. Und bei diesen 100% bedeutet das, dass die Bank davon ausgeht, dass wenn es mal einen Kreditausfall gibt, bei ihr nicht mehr bezahlt, die Bank gegebenenfalls nicht unbedingt ihr komplettes Geld, was sie euch geliehen hat, wiederbekommt. Dann gibt es noch Gebühren, die gegebenenfalls anfallen könnten, Versteigerungskosten und so weiter. Und deshalb ist es so, dass ihr bei diesem hundertprozentigen Beleihungsauslauf da nicht unbedingt die besten Zinsen kriegt. Also es gibt immer einen Referenzzins und es gibt immer eine Range. Und ihr bewegt euch bei diesem hundertprozentigen Beleihungsauslauf immer eher an dem etwas teureren Rand. Wenn ihr einen super Beleihungsauslauf habt, das klassische Beispiel, ihr kauft die Wohnung für 100.000 Euro, bringt jetzt 40.000 Euro Eigenkapital mit und die Bank gibt euch quasi nur 60.000 Euro, heißt das, die Bank hat ja faktisch kein Risiko. Weil die Bank eine Wohnung hat, die 100.000 Wert hat, euch aber nur 60.000 gibt, wunderbar, selbst wenn ihr nicht bezahlt und die Immobilie würde versteigert werden, kriegt die Bank auf jeden Fall ihr Geld wieder. Und das ist der Grund, warum ihr euch dann bei dieser Beleihungswert-Zins-Range eher am optimalen Ende befindet. Und je besser dieser Wert ist, also je besser optimal dieser Wert ist, umso günstiger ist dann letztendlich auch der Zinssatz, weil das Risiko für die Bank entsprechend geringer ist. Das steckt dahinter. So und bei diesem Beispiel, was die Bild so betitelt hat, war es so, dass sie von optimalen Beleihungswerten ausgehen. Jetzt überleg dir, jetzt kaufst du den Haus für 500.000 Euro, 60% Beleihungsauslauf, heißt du bringst 200.000 Euro Eigenkapital mit, plus die Kaufnebenkosten oder halt eine Grundschuld, eine zweite Grundschuld. Und das ist natürlich ein Szenario, was wir schon in der Beratung ab und zu erleben, was jetzt aber nicht Standard ist. Also oft ist es so, dass die Leute halt die Kaufnebenkosten auftreiben können, aber eine Vollfinanzierung machen. Und dann ist es so, dass halt per se dann sozusagen aufgrund dieser Beleihungswerte nicht unbedingt die optimalen Zinsen ausgekehrt werden. Dann ist es so, gewährt die Bank auch noch Sondernachlässe, die auch in diesem speziellen Beispiel auch mit berücksichtigt wurden. Das bedeutet, wenn man das Gehaltskonto bei einer Bank hat, ist es so, dass die Banken bis zu 0,1% Zinsrabatte geben. Wenn das Haus sehr, sehr nachhaltig, sehr energieeffizient ist, kann es dazu führen, dass ihr bis zu 0,3% sogar auch Zinsermäßigung bekommt. Wenn es einen regionalen Nachlass bei den Banken gibt für gewisse Regionen, die gefördert werden sollen, kann es auch noch mal bis zu 0,1% im Nachlass geben. Dann ist es oft so, dass wenn ihr beispielsweise Darlehen über 300.000 Euro abschließt, ihr auch noch mal einen Nachlass von 0,1% bekommt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn jetzt alle diese Punkte, also ein Top-Beleihungswert, die Nachlässe, die Regionalrabatte, wenn das alles zusammenkommt, dann ist es so, dass ihr letztendlich hier wirklich einen perfekten Zinssatz habt und das in dem Moment dann jetzt auch wie im Januar betitelt, auch der Zins auch unter 3% gelegen hat. Aber es muss halt auch wirklich alles perfekt laufen und das ist bei den wenigsten der Fall. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, kommst du denn für diese Top-Zinsen in Frage oder wo liegst du denn da überhaupt, dann zeige ich dir mal ganz kurz, wie du mit uns einen kostenfreien Termin buchen kannst. Das Ganze online, bundesweit, vom Sofa aus quasi und auch kostenfrei. Da können wir dir die Fragen beantworten. Klick einfach unten mal auf den Link, dann gelangst du auf unser Buchungstool und kannst dir dann einen Termin aussuchen. Und im Grunde ist es so, dass wir, wenn wir uns jetzt mal die aktuellen und normalen Zinsen angucken, ihr vielleicht auch schon wisst, dass die Zinsen sich sozusagen immer auch an den Renditen der Fun-Briefe richtet. Und da gibt es immer noch mal eine Marge je nach Bank zwischen 0,5 bis 1%. Und wir hatten jetzt Ende Januar auch noch mal einen leichten Zinsanstieg auf 3,07%. Wir blenden euch hier mal den Chart der Hypotheken-Franbriefe ein. Und ihr seht, es ist ganz, ganz leicht jetzt wieder gestiegen. Wir erkennen jetzt auch einen leichten Aufwärtstrend. Und das heißt, der Zinssatz liegt jetzt je nach Beleihungswert, vom Prinzip je nachdem, wie die Voraussetzungen sind, in der Regel irgendwo zwischen 3,3 bis 3,8 beziehungsweise 4% in der Range bewegt man sich. Und das ist auch eine ganz, ganz individuelle Frage. Das heißt, hier solltet ihr wirklich mal genau schauen, wie sieht das aus. Grundsätzlich gibt es diese Top-Konditionen. Wir bieten auch die Bank, die diese Top-Konditionen auch darstellen kann, auch 1 zu 1 in unserem Portfolio an. Und wir haben auch grundsätzlich die Möglichkeit dazu. So, und hier ist es wirklich, wie gesagt, wichtig, dass ihr da einfach mal individuell schaut. Wenn ihr mal genau schauen wollt, wie das für euch aussieht, bucht gerne hier oben einen Termin mit uns. Und ansonsten für alle weiteren Inhalte rund ums Thema Immobilie, schaut euch gerne mal bei uns auf unserer Playlist um. Die werden wir hier oben einblenden. In diesem Sinne, viel Erfolg in diesem Jahr, sagt der Riccardo von der Faktor Wir.